Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Benji und René sind wieder am Start. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Servus erstmal an euch beide wieder. Mahlzeit. Stimmt, Mahlzeit kann man sagen. Wir haben knapp 13 Uhr gerade, wo wir aufnehmen. Ja, wir haben heute ein wichtiges Thema, was jetzt in den letzten Wochen vor allem sehr in den Medien präsent war, vor allem im Crypto-Space, den Bitcoin-ETF. Oder besser gesagt Bitcoin-Spot-ETF, der jetzt schon seit Monaten rumgeistert, wo die SEC also immer wieder dagegen geschossen hat. Und mittlerweile dürfte das Ding safe sein, wenn diese Folge rauskommt, dass der Bitcoin-ETF genehmigt wird. Launch kann man da schon sagen oder veröffentlicht soll so zwischen dem 5. und 10. Januar sein mittlerweile. Und es bringen sich immer mehr Parteien da auch mit rein. Nein, was ich mich jetzt nur gefragt habe und das ist auch so der Grund für diese Folge einfach, ob das wirklich gut für den ganzen Crypto-Space ist. Natürlich, wir haben eine Menge Kapital, was plötzlich in dem Markt fluten könnte. Wir sprechen hier von könnte. Es weiß niemand, ob wirklich so viel Kapital wirklich in diesen Markt reinkommt, wie sich das jeder wünscht. Natürlich ist es wichtig. Aber meiner Meinung nach, und das habe ich auch schon im Jahresausblick für 2024 gesagt oder vertrete ich immer noch so die Meinung, ich bin nicht wirklich Fan von dieser ganzen Bitcoin-Spot-ETF-Geschichte. Auch Bitcoin soll ja eigentlich dezentral sein. Bitcoin soll für aller Mann sein. Und jetzt haben wir einen Spot-ETF, oder ich hoffe, dass er bis dahin jetzt, wenn die Folge erscheint, genehmigt ist, der in den USA dann geloasht wird. Natürlich, wenn noch viele andere Märkte folgen, aber wir haben hier dieses dezentrale Thema mittlerweile wahrscheinlich dann ziemlich, ziemlich draußen. Und deswegen jetzt mal so die erste Frage so an euch einfach. Was haltet ihr so grundsätzlich von dieser Spot-ETF-Geschichte? Seht ihr das eher bullisch oder sagt ihr, boah, weiß ich nicht, bin ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so überzeugt? Soll ich anfangen? Ja, du kannst auch anfangen, Benji. Mir ist egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich, also bei mir kommt als, ja, wie soll ich sagen, als Börsenanfänger, weil ich mich mit Börse an sich nicht wirklich beschäftigt habe, sondern eher so mit Trading und TA und damals Krypto, also Börse an sich, so diese ganzen, was es da so alles gibt, ETF und so weiter, ich verstehe gar nicht, was ist denn der Vorteil davon, dass ich mir jetzt ein Bitcoin-Spot-ETF kaufe, statt einfach direkt Bitcoin? Also, habe ich da irgendeinen Vorteil von? Ich glaube, das hat ja nur Nachteile für die Anleger selbst. Es wird zugänglicher, es wird der breiten Masse zugänglich gemacht, okay? Also Leute, die nicht so tief im Krypto-Thema drin sind, die jetzt nicht irgendwie wissen, dass man sich einen Account auf Kraken da machen kann und dann sich Bitcoin kaufen kann und die dann auf seine eigene Wallet schicken und so. Ich meine, da muss man ja auch ein bisschen das Verständnis für haben, um sowas machen zu können und sich ein bisschen die Zeit dafür bereit sein zu investieren, sich da einzulesen. Viele finden es halt einfacher, die gehen zu ihrem Banktypen hin und sagen, yo, kauf mir mal das und dann macht er das für die und dann zahlst du immense Gebühren und dann hast du da irgendwie so einen Spot-ETF bei dir auf dem Konto, den du dann in deinem Depot verwalten kannst, per App mittlerweile ja auch alles. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ich persönlich brauche das nicht. Wenn ich Bitcoin will, kaufe ich mir das und schicke mir den auf der Wallet. René? Oder? Ja, also ich sehe das, ich bin da voll bei dir, aber wir sind halt ein bisschen mehr im Space drin. Dieser ganze ETF-Ding ist halt für die Massenadaption schon extrem wichtig, damit gesellschaftlich dafür anerkannt wird, hey, okay, Bitcoin ist jetzt ein Asset. Ja, ja, das stimmt. Ja, dafür. Auch wenn diese Asset-Bezeichnung ja auch schon wieder ein bisschen negativ zu besehen ist, weil Bitcoin als Asset zu bezeichnen, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so vorteilhaft. Aber so wird es halt jetzt umgangssprachlich dann in der Massenadaption bezeichnet. Und Bitcoin ist ein Asset, Bitcoin wird mit Gold verglichen, Bitcoin kann an der Börse sowieso schon seit Jahren über CME Futures gehandelt werden. Aber dieser Spot-ETF, der jetzt wirklich mit Bitcoin gedeckt ist und dann auch noch Cash-Only. Also Cash-Only heißt, man kann nicht Bitcoin dahin schicken, sondern die Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard und wie sie alle heißen, müssen dann wirklich auch diese Bitcoins verwalten lassen. Und das läuft über Coinbase. Und das könnt ihr euch mal so ein bisschen hinten dran lassen, weil da werde ich später noch mal was dazu sagen. Aber so läuft es halt ab. Und so können dann auch, sag ich jetzt mal, Leute auch ganz normal damit parzipitieren, dass sie dann in ihre Bank reingehen, jo, ich würde gerne jetzt in ein Bitcoin-Bot-ETF investieren oder über irgendwelche Trade-Republic, Scalable Capital und wie die ganzen Neo-Broker mittlerweile halten. Also Massenadaption hast du schon. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so Fan davon. Also für die breite Basis ist es top. Ja, ich meine, in dem Sinne sind wir halt die Early Adopter, sag ich jetzt mal, die das schon gekauft haben, als es halt noch kein ETF war. Und im Grunde genommen ist es dann ja für diejenigen, die vorher schon Bitcoin hatten, auf jeden Fall was Gutes, weil wenn frisches neues Geld in den Markt fließt, ist das im Grunde genommen unser Gewinn. So muss man das mal sagen. Und von der Seite her, wenn man es jetzt rein vom Geldaspekt her sieht, ist das für uns erst mal was Positives. Ob das jetzt langfristig gesehen dem ganzen Ruf von Bitcoin gut tut und der ganzen dezentralen Idee. Ich bin da sowieso nicht so derjenige, der hier sagt, ich interessiere mich für die Technologie. Ich bin da mal ganz ehrlich. Da gibt es ja auch dieses schöne Meme in den Krypto-Gruppen, wo das so mehr oder weniger auf den Arm genommen wird. Die meisten, oder ich würde mal so sagen, 90 bis 95 Prozent aller Leute mittlerweile im Space sind da, um Geld zu machen und nicht, weil sie Bitcoin als Idee so toll finden, als dezentrale Technologie und so weiter. Wobei die Idee von Bitcoin ja sowieso komplett nicht mehr das ist, was der Satoshi mal gedacht hat, was Bitcoin wird. Nämlich als ein digitales Zahlungssystem. Als digitales Zahlungssystem eignet sich es halt schon allein deswegen nicht durch diese krassen Schwankungen, die Bitcoin hat. Dazu bräuchtest du halt sowas wie ein Stablecoin, dann wäre es ein digitales Zahlungssystem. Aber wer will denn heute sein Auto mit Bitcoin kaufen, wenn er morgen für denselben Bitcoin vielleicht schon ein Flugzeug sich kaufen könnte? Jetzt mal übertrieben ausgedrückt natürlich. Aber wir sehen es an dem krassen Beispiel, wo, keine Ahnung, Manu, jetzt kommst du wieder mit Fakten. Ich weiß, ich kenne die genaue Zahl nicht. Mit mehreren tausend Bitcoin hat er sich damals zwei Pizzen geholt, der eine Typ. Das ist ja auch ein weltbekanntes Beispiel. Wer will sowas, wer will das freiwillig machen, wenn er weiß, wenn er gewusst hätte, dass die 2000 Bitcoin jetzt, wäre er da Millionär gewesen, hätte er sich mehrere Häuser von kaufen können. Damals hat er sich zwei Pizzen geholt. Schon halt deswegen eignet sich Bitcoin so, wie er sich entwickelt hat, so wie er aus heutiger Sicht, ich ihn sehe zumindest, das ist auch nur meine Meinung, kann da gerne andere Meinungen zu geben, aber eignet sich Bitcoin einfach überhaupt nicht als Zahlungsmittel und demnach hat es den Sinn, den Satoshi Nakamoto im Paper damals von Bitcoin ursprünglich mal vorgesehen hatte, der ist sowieso nicht mehr gegeben. Es ist mehr Wertaufbewahrungsmittel oder versuchen, mehr Geld draus zu machen oder Wertstabilität zu kriegen anstatt Zahlungsmittel. Ja, es ist ein digitales Gold. Ja. René, wie siehst du das? Bitcoin ETF ist auf der einen Seite, man kann das ja wieder aus mehreren Aspekten betrachten, auf der einen Seite ist das natürlich was Positives, weil sehr, sehr viel Cash in den Markt fließen kann, auf der anderen Seite, wer sich jetzt überlegt, BlackRock hat über Tochter, Partnerfirmen, whatever, schon Bitcoins gekauft. Die haben keinen Wert mehr. Was macht das jetzt aktuell mit dem Kurs? Was werden die mit dem Kurs machen? Und guckt euch gerade schon jetzt mal genau den Bitcoin-Kurs an, was er macht. Adieu. Und was machen die großen Market-Maker? Sie brauchen Cash für den Bitcoin ETF. BlackRock hat noch die Forderung offen, dass sie 10 Millionen in den Markt investieren müssen und denen ist der aktuelle Preis zu teuer. Natürlich, kein Wunder, also lassen sie ihn droppen. Gerade bestes Beispiel Todescandle in den Erdkern. Und da sieht man mal wieder, es ist auf der einen Seite eine wirklich schöne Sache, dass es sowas gibt. Der Grundzweck von Satoshi Nakamoto wird natürlich Stand jetzt so ein bisschen verfehlt, Step by Step, muss man natürlich sagen, leider Gottes. Gehört aber irgendwo auch so ein bisschen zur Entwicklung dazu. Niemand weiß, wie sich am Ende des Tages eine Technologie entwickelt. Der Grundideenansatz dahinter ist sehr, sehr gut. Es sorgt natürlich für sehr, sehr viel Vertrauen im Markt auch, definitiv, dass der Bitcoin ETF kommt, auch für Leute, die nicht so tief in diesem Space drin sind. Und dann jetzt halt so ein bisschen nochmal, um auf das Thema zu kommen, Dezentralität. Was ist eure Meinung dazu? Wenn BlackRock und die ganz Großen mega viel halten. Und das ist genau der Punkt, auf den ich eigentlich so hinaus wollte, was du jetzt gesagt hast. Also dieses Dezentrale geht jetzt absolut verloren. Weil, und jetzt kommt eben das Krasse, wir haben mit BlackRock eben den größten Vermögensverwalter der Welt. Letztes Jahr 8,5 Billionen an Assets verwaltet. Allein das ist schon geisteskrank. Das ist mehr als die Market Cap von Gold zum Beispiel, was es auf der Welt angeblich geben soll. Das ist ja auch nicht ganz hundertprozentig bewiesen. Dann ist es ja nicht nur BlackRock. Wir haben ja noch Vanguard im Nacken. Wir haben MicroStrategy in Form von Michael Saylor, der mittlerweile, lass mich lügen, 180.000 Bitcoin hat. Also mittlerweile schon ein Prozent fast der ganzen Supply von Bitcoin besitzt. Und da sprechen wir noch nicht mehr davon, dass BlackRock dann noch in den Markt reinkommt. Und René, du hast ja auch gemeint, dass BlackRock schon die ganze Zeit akkumuliert, in Form von Mining-Firmen mit Riot und was weiß ich, wie sie alle heißen, schon alles vor Jahren in diese Mining-Firmen rein investiert. Wir haben mit USD Tether, also mit Tether in der Firma hintendran, haben wir wieder eine Firma in den USA ansässig, die eigentlich den kompletten Markt kontrolliert. Wie oft FUD gab es da in den letzten Jahren? Nie ist irgendwas passiert. Klar, jetzt wissen wir es auch. Man hockt in den USA, da wird alles reguliert mit SEC und alles. Wir haben BlackRock dann. Dann haben wir ja noch Circle mit USDC, was ja auch noch ein großer Marktteilnehmer ist, auch USA. Und wer ist jetzt für die ganze Verwahrung von den ganzen Bitcoins verantwortlich? Coinbase. So, da wissen wir, dezentral ist das für mich schon lange nicht mehr. Klar kann jeder seine Bitcoins auf irgendeine Wallet, auf ein Hardware-Wallet schieben oder auf eine Börse kaufen, aber ist das wirklich noch der Sinn von Dezentralität? Nee, wie du sagst, das ist schon lange nicht mehr dezentral. Wir haben ja alles in den USA mittlerweile dann. Das heißt, theoretisch, gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus, das ist ja immer noch so ein bisschen mein Szenario, was ich ja schon beschreibe, als Verschwörungstheorie oder sonstiges. Aber wir werden CBDCs kommen sehen. Die werden kommen. Die gibt es schon, die werden getestet, mit in den USA auch, mit FedNow. Jetzt haben wir ein Bitcoin-Spot-ETF, jetzt haben wir BlackRock, die ganzen Unternehmen da in den USA und lass die doch mal großlässig einkaufen. Ich bin immer noch so ein bisschen der Überzeugung, dass es für uns möglicherweise so dieser letzte Bullrun sein könnte, bevor dann ein Problem geschaffen wird, um dann die CBDCs durchzubringen. Und dann hast du alles in Form von den USA mit ihren CBDCs. Die USA werden wahrscheinlich den Anfang machen und das dann immer weiter mehr auf andere Länder über spekulieren. Und dann hast du es nämlich. Dann hast du gar keine Dezentralität mehr. Die hast du meiner Meinung nach jetzt sowieso immer weniger. Du hast alles in den Händen der USA und wenn die USA sagen, jo, Bitcoin wollen wir jetzt doch nicht mehr, finden wir jetzt doch nicht mehr so geil, dann wird es auf den Nacken aller gedammt, vielleicht noch mit einer Wirtschaftskrise und schon war es das mit Bitcoin. Das könnt ihr als Verschwörungstheorie auch da draußen, wie ihr das wollt. Für mich sind das eher Fakten. Das hat weniger was mit Verschwörungstheorie zu tun. Das hat eher was damit zu tun, wenn man mal so eins zu eins zusammenzählt. Weiß ich nicht mehr. Es ist, Manu, wenn ich da jetzt mal ganz kurz was zu sagen darf. Es ist meiner Meinung nach ganz einfach so, dass wenn Bitcoin wirklich hätte verhindert werden wollen von irgendwelchen Regierungen oder wer auch immer, dann wäre das schon lange der Fall gewesen, weil man kann Bitcoin ganz einfach, ich meine KYC ist überall schon etabliert. Natürlich kann man noch durch irgendwelche Hintertürchen und wenn man sich da in irgendwelche dunklen Ecken des Netzes begibt oder wenn man Kontakte hat oder wenn man die Leute kennt oder wenn man jetzt in solchen Kreisen sich bewegt, wie wird man immer einen Weg finden, wie man eventuell noch irgendwo trotzdem sich Bitcoin holen kann und auf seine Wallet laden kann, das kann niemand verhindern. Nur am Ende des Tages willst du diese Bitcoin ja auch benutzen. Du machst das ja nicht einfach nur, dass du die Bitcoin kaufst und die dann, keine Ahnung, bis zu deinem Tod irgendwo lagern lässt, sondern du willst irgendwas damit ja auch machen. Nämlich in der Regel ist dann am Ende wieder gegen Fiat-Geld umtauschen. So sehr wir ja auch Fiat-Geld alle verteufeln, aber am Ende ist das der Sinn, den viele auch haben, auch viele, die in so Ländern leben, die mit Hyperinflation zu kämpfen haben, die dann auf Bitcoin ausweichen, um den Wert ihres Geldes irgendwie noch erhalten zu können, da ist es meistens illegal. Weil die Leute einfach, wenn du deine Währung verkaufst, dann, wir wissen alle aus dem Trading, ein Verkauf drückt den Preis. Und das wollen die, das ist natürlich dann noch schlimmer für die jeweilige Währung, die, wenn die eh schon jeden Tag so und so viel an Wert verliert, wenn die Leute dann das auch noch verkaufen und dafür Bitcoin kaufen, dann steigt natürlich Bitcoin im Wert, aber die Währung geht noch weiter in den Keller und in diese Abwärtsspirale rein. Deswegen ist das natürlich klar, dass solche Regierungen das vermeiden wollen, weil die möchten ja irgendwie auf den grünen Zweig kommen mit ihrer Währung und die stabilisieren. Und das gibt es ja auch heutzutage schon. Ich meine, in China wurde das Mining verboten. Im Grunde genommen ist ja auch die Tatsache, dass es dann immer weiter sich zentralisiert auf die USA, ist ja auch so ein bisschen eigene Schuld von den anderen Ländern. Da kann man nichts anderes zu sagen. Es nimmt keiner so richtig ernst. Die Amis sind wieder die Ersten, die das Ganze erkannt haben, die das Thema ernst nehmen, wo das täglich in Nachrichten kommt und darüber gesprochen wird. Bei uns ist das vielleicht mal einmal im Jahr so eine Sondersendung, wo da mal irgendjemand einer was über Bitcoin erzählt, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Also ganz selten habe ich, also ich habe es einmal erlebt, dass es tatsächlich mal einer war, das war die Online-Version der Tagesschau, das wird auch nicht ausgestrahlt im Fernsehen, das kannst du nur online gucken, da wo wirklich mal jemand war, wo ich gedacht habe, okay, da haben sie wirklich mal einen reingeholt, der das Ganze neutral betrachtet und der wirklich ein Wissen hat über das, was Bitcoin überhaupt ist und aufklärend wirkt. Und nicht beschönigt und nicht sagt, hier, ihr werdet alle reich, sondern wirklich mal aus neutraler Sicht erklärt, was das überhaupt ist und was das machen könnte und was man damit vielleicht mal eines Tages, was daraus eines Tages mal werden könnte. Einfach, dass man aufklärt, dass die Leute darüber Bescheid wissen. Und das ist halt bei uns überhaupt nicht der Fall. Und das ist in Amerika viel weiter fortgeschritten und dementsprechend wird das Thema dort auch viel, viel ernster genommen als in unseren Breitengraden. und dementsprechend sind wir eigentlich selber schuld oder die Länder, die jetzt da nicht irgendwie mit aufspringen auf den Zug, die verpassen ihn dann wieder und in 20 Jahren stehen sie dann alle da. Ja, die bösen Amerikaner, die haben sich das alles unter den Nagel gerissen. Ja, die haben es halt früh genug erkannt und haben angefangen zu horten. Wie der Sailor, wie Blackrock, wie keine Ahnung wer noch alles. Und meiner Meinung nach der Grund, warum Bitcoin nicht mehr tot zu kriegen ist, im jetzigen Stadium ist genau aus dem Grund, dass diese riesigen Firmen wie Blackrock, Sailor, Katie Woods und wie sie nicht alle heißen, dass die alle so tief schon drinstecken in dem Bitcoin-Sumpf oder Sumpf, ich will es nicht so negativ, ich will es gar nicht, hört sich so negativ an oder in dieser Bitcoin-Welt und die ja dadurch, dass sie eben so viel Geld bewegen und über so viel Geld ihre Hand drüber halten, vor allen Dingen Blackrock, das muss man sich mal reinziehen, da sind irgendwie sechs Billionen, Billionen, ich rede hier von der deutschen Zahl Billionen, nicht von dem amerikanischen Billion, das ist auch nochmal ein Unterschied, die haben so viel Macht und Einfluss, weil die über so viele Geldbewegungen in ihrer Hand halten, und die sind in Bitcoin drin mittlerweile, da kannst du Bitcoin nicht einfach von heute auf morgen verbieten, staatlich gesehen, weil da machst du die richtig mächtige Feinde damit und das geht nicht mehr so einfach, das ist nicht, weil die das nicht können, die könnten das, wenn sie wollten, nur die wollen das nicht mehr, der Zug ist abgefahren, wenn sie das hätten verbieten wollen, dann hätten sie das machen müssen, bevor die großen Jungs alle angefangen haben mitzuspielen. Verstehst du, was ich meine? Also das ist meine Meinung. Ich glaube, verboten wird's wird's nicht, ne? Ich hab halt so dieses Gefühl, durch diese ganzen Spot-ETFs, wir haben's gestern, hab ich mal auch ein bisschen auf Twitter oder sowas geguckt, da war's nämlich auch so drinnen gestanden, dass die über CME Futures den Preis nehmen und komischerweise gab's dann gestern, also zur heutigen Aufnahme, heute ist der 3. Januar, gestern Nacht oder vorgestern Nacht, gab's dann auf CME Futures ein riesen Gap von 1.400 Dollar gab's in diesem Zeitraum, ne? So, die Bitcoins werden aber auf Coinbase-Chart zum Beispiel verwaltet, ne? Das heißt, dieses Gap, was du auf CME Futures hast, das bietest du deinen Kunden an, was dann 3 oder 4 Prozent und die sackst du dann sofort wieder ein. Das ist ein ganz, ganz kluger Schachzug auch von den ganzen ETF-Anbietern und etc. Ja, okay. Also da wären schon sehr, sehr viele Spielchen und ich glaube, das ist einfach jetzt nur noch mal, um sich die Taschen einfach zu füllen. Wir sprechen hier von einem Billionenmarkt wahrscheinlich. Krypto ist immer noch jung am Anfang, aber wie gesagt, so auf lange Sicht bezweifle ich einfach, dass das alles so gut ist. Also ich glaube nicht, dass Krypto die nächsten, keine Ahnung, 5, 6 Jahre da wirklich noch so, also vor allem Bitcoin, noch so einen riesen Markt da spielen wird. Ich hab durch diesen Spot-ETF keine, weiß ich nicht, weiß ich einfach nicht, ob da zu viel manipuliert wird. René? Ja. Wozu möchtest du jetzt genau eine Antwort haben oder eine Aussage? Das waren jetzt gerade viele Themen. Generell, ich möchte Bestätigung, dass du vielleicht das Gleiche denkst, wie ich so. Ich stelle mir im Hintergrund so ein bisschen die Frage, die Leute, die an Bitcoin gearbeitet haben oder die das Netzwerk weiterentwickelt haben oder die immer noch dran entwickeln, ich weiß nicht, ob noch dran entwickelt ist, als ob keiner von denen daran gedacht hat, dass die Amis das in diesem Atem zu machen und gucken, dass die daran entwickeln, dass man Bitcoin weltweit noch verwenden kann als Zahlungsmittel. Weil mit der Zeit erreicht Bitcoin ja auch eine gewisse Stabilität, desto höher es steigt. Ja. So, weil die Luft nach oben ist nicht mehr. Weißt du? Du hast nicht mehr die Anzahl an Bitcoins für eine, sag ich jetzt mal, komplette Welt. Weißt du, was ich meine? Als Zahlungsmittel? Ja, natürlich. Nicht jeder kann einen Bitcoin verwenden, das ist klar, aber der unterteilt sich ja nochmal in einzelne Satoshis. Und mit den einzelnen Satoshis wird dann gerechnet, dann kostet ein Drink halt ein Satoshi oder sowas an der Stelle. Mal als Beispiel. So, von daher glaube ich noch nicht so ganz daran, dass die Idee dahinter, dass man mit Bitcoin bezahlen kann, komplett an Akte ist. Nee. Des Weiteren glaube ich auch nicht, dass es irgendwie möglich ist, Bitcoin zu verbieten, weil die große Frage stellt sich halt auch, wie? Klar, da wo du es kaufen kannst, musst du fast überall KYC machen, etc., PP und so weiter und so fort. Aber ich würde meinen Arsch drauf verwenden, dass du die an gewissen Sachen, an gewissen Situationen auch immer noch ohne KYC bekommst. Ich sage jetzt nichts dazu, zu dem Thema, aber ich wette, meinen Arsch zu eine Milliarde Prozent darauf, dass es geht. So, und wenn du diese... Nee, das bezweifle ich auch gar nicht. Ich sage nur, wenn du das so weit einschränkst, wie du es kannst, gesetzlich, KYC-mäßig oder so, oder eben halt da ansetzt, wo es halt offensichtlich ist, die ganzen großen Börsen, wenn du jetzt anfängst, Binance komplett zu beschneiden, Kraken, Coinbase und wie sie nicht alle heißen, dann wirst du definitiv nur noch wieder diese kleine eingeschworene Nerd-Gemeinde haben, die dann vielleicht Bitcoin weiter benutzt, aber dann hast du Bitcoin wieder in Regionen von 500 bis 1000 Dollar gedrückt, so wie es damals noch war, als eben nur diejenigen Bitcoin hatten, die wirklich sich tief mit der Materie beschäftigt haben. Dann hast du nicht mehr die große Masse, wie Manu schon auch sagte, was ja der Sinn der, was ja das einzig Positive jetzt an dem ETF ist, dass es, dass die breitere, dass eine breitere Masse einfacheren Zugang zu Bitcoin findet, das wirst du dann nicht mehr haben, sobald wirklich die Regierung anfangen würden, Bitcoin systematisch versuchen, zu versuchen auszumerzen. Dann könnten sie das extrem eindämmen im Vergleich zu, was jetzt ist. Das meine ich nur. Dass du das nicht ganz totkriegst, da bin ich bei dir. Aber du wirst es... ... Du hast ja 99,99% aller Fälle hast du ausschließlich Vorteile durch Bitcoin. Du kannst jede Transaktion rückverfolgen. Du kannst damit rückverfolgen, ob gewisse Menschen bestochen wurden, auch in der Regierung, etc. pp. So, und dadurch hast du ein sehr, 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 sehr gutes Kontrollschema, wie sich dieses Geld bewegt und wo es sich hinbewegt überhaupt. So würde 0,0 Sinn machen, aus meiner Sicht, das irgendwie von irgendwem oder für irgendwen an der Stelle zu verbieten. Weil warum und wofür? Du hast doch nur diese Vorteile. Nee, es ging nicht darum, ob das Sinn macht, Bitcoin zu verbieten. Es ging ja darum, ob das möglich wäre, Bitcoin zu verbieten. So hatte ich das zumindest jetzt verstanden. Und ich bin der Meinung, dass das möglich wäre. Ich bin aber auch der Meinung, dass der Zug abgefahren ist. Dafür ist Bitcoin einfach schon zu groß. Und dafür sind viel zu große Player mit im Game mittlerweile, als dass es jetzt noch so einfach zu verbieten wäre. Das habe ich ja gesagt auch. Also, ob das Sinn macht, das zu verbieten, das ist eine ganz andere Frage. Ja, und ich sehe es auch so, du kannst es so oder so nicht verbieten an der Stelle. Weil wie? Hast du diese Gemeinde an Nerdgruppen oder diese Leute, die es geil finden, wirklich eine nicht staatlich regulierte Währung zu haben? Unendlich geil. Du baust dir eine Website aus, sagst du bezahlst mit Bitcoin, bietest da deinen Stuff an und wirst mit Bitcoin bezahlt. Und niemand kommt da dran. Wunderbar. Und du hast gewonnen. Jedes Mal gegenüber der Regierten. Du hast keine Steuern, du hast keine Abgaben, reingangst. Ich möchte jetzt niemanden an der Stelle auch zu irgendwas anstiften oder so. Aber ne, glaube ich nicht, dass das auch nur im Ansatz funktioniert hätte, Bitcoin zu verbieten. Glaube ich nicht. So, und diese Technologie dahinter an sich, dieses Blockchain-Prinzip, das ist ja schon so ein bisschen länger bekannt. Und die neuen Zentralbankenwährungen werden ja auch darauf aufbauen, wenn man sich das auf der EZB-Seite mal so ein bisschen durchliest. Die haben dazu ja auch Testverfahren etc. pp gemacht. Finde ich sehr, sehr interessant und weiterhin der Bitcoin-ITF wird halt sehr, sehr viel Vertrauen schaffen. War jetzt gerade eben halt echt der Klassiker, die Todeskerne nach unten, während wir darüber gesprochen haben. Fand ich super. Ja. Aber wie, ey. Ich hab so auch, ich hab nebenbei mal kurz aufs Handy geguckt und dachte mir so, uh, 40.800, lustig. Ja, das ist so echt der Knaller. Aber das ist zum Beispiel sowas, damit hab ich, ich sag ja seit Wochen, ich rechne einfach damit, dass es so schnell einen Knall tut. Die Verschiebung jetzt auch mit BlackRock, dass die ihre 10, das find ich ja sowieso so lustig, dass da ein riesen Aufstand so gemacht wird. BlackRock will 10 Millionen in Bitcoin stecken. Was sind denn 10 Millionen für die? Michael Saylor hat letzte Woche glaub ich für 100 Millionen gekauft. Und da wird so ein Hype drum gemacht, ey BlackRock kauft für 10 Millionen am 3. Januar. Ne, jetzt haben sie's auf den 5. verschoben. Ja, jetzt kannst du dir vielleicht denken, warum so in der Art, ne? Also. Ja, aber jetzt mal eine andere Frage an dich, Manu. Glaubst du wirklich, dass es Michael Saylor in der letzten Woche getan hat, wo er gekauft hat? Ich verwette auch an der Stelle auf, dass die sowas massiv zeitversetzt posten, damit die den letzten Pump durch die Leute wieder in den Markt reinbekommen, damit die ihre Short-Positionen kriegen und dann knallt das Ding nach unten weg? Natürlich. Also Michael Saylor ist sowieso immer zeitversetzt. Also er hat ja geschrieben, er hat zwischen da und da gekauft und irgendwann wird's veröffentlicht. Für mich ist das ganze Spiel, äh, um die Leute aus dem Markt zu schütteln. Also dieser ganze Hype, ich weiß auch nicht, das gefällt mir, gefällt mir ganz und gar nicht so die letzten Wochen. So wieder, ich weiß, dass viele Leute auf die Schnauze fallen werden. Okay, dann gib mal ein Call-Up. Wie tief geht's jetzt? Wenn wir jetzt gerade einmal dabei sind. Wenn wir jetzt gerade einmal dabei sind. Maximum jetzt sind noch 32.000. So zwischen 30.000 und 32.000 wäre bei mir Maximum. Ja, geh ich mit. Um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden und sowas, um BlackRock die Möglichkeit zu geben, nochmal richtig billig einzukaufen und alles drum und dran, aber ich weiß nicht, wir werden da viel, viel mehr Manipulation zukünftig sehen, glaube ich. Wir werden natürlich Institution Money und sowas da drinnen sehen, aber ich... Ja, vor allen Dingen werden die Zyklen sich ändern, weil viel mehr Geld drin ist. Man hat's ja auch schon festgestellt, jetzt im letzten Bullrun, der hat sich ja auch schon anders verhalten als die Bullruns davor und das verschiebt sich alles immer mehr und das Halving ist nicht mehr so maßgeblich, einfach weil eine Menge an Geld mittlerweile im Markt drin ist, die du nicht mal, die du nicht mehr mal eben so bewegst, wie es früher noch der Fall war, wo es vielleicht eine Handvoll von, wie ich es ja schon sagte, wo Bitcoin so ein Insider-Tipp war, wo so ein paar Freaks das benutzt haben und da ihr Geld privat reingesteckt haben, das ist ja auch immer wieder das, was auch beim Traden gesagt wird, man hat auch als kleiner Fisch beim Traden gewisse Vorteile gegenüber den großen Wahlen, weil man wesentlich flexibler ist, wesentlich wendiger ist, als jemand, der mehrere Millionen da mit hantieren muss, weil so viel, diese Bewegungen, die du da machst mit deinem Geld, die passieren halt auf eine ganz andere Art und Weise als als kleiner, privater Trader, wenn du da mal deine 2000 Euro hast oder was auch immer. Was jetzt gerade lustig ist, was jetzt, wo ich vorhin meine Theorie so widerlegt habe, das habe ich im Marktausblick für 2024 auch so gesagt, weil ihr müsst euch jetzt gerade vorstellen, wir hocken jetzt gerade hier, wir nehmen gerade Podcast auf, Bitcoin kracht von, ich glaube, 45.300 auf 40.800 zwischenzeitlich und der Grund dafür, im neuesten Bericht von Matrixport wird behauptet, dass die SEC im Januar alle Bitcoin-Spot-ETFs ablehnen wird, das heißt, man hat hier FOMO generiert, man hat es am Open Interest gesehen, man hat die Leute in Long-Positionen bis richtig, richtig eklig reingeloggt und die endgültige Genehmigung möglicherweise im Q2 soll erfolgen. Würde passen, wir haben Halving im zweiten Kartal, die FED will die Zinsen senken im zweiten Kartal, wir haben, wer sich an 2008, 2009 erinnert, die Zinsen wurden gesenkt und dann ein Jahr später, eineinhalb Jahre später hat es gekracht. Ja und wenn es dann hoch geht, dann geht es aber richtig hoch, dann geht es richtig hoch, natürlich, aber dieses Ganze, da werden jetzt viele auf die Schnauze fliegen, auch mit dem ganzen Solana-Hype etc. pp, wenn ich mir die Kurse gerade ansehe, Alter, ich will nicht wissen, wie viel da liquidiert wird, das ist gerade so krank. Das ist halt, wenn man hier immer so rumträden muss, ne, da sind dann immer hier so die Opfer. Ich habe es gerade, ich habe es gerade hier, 1,7... Ich bin short. 1,7 Milliarden US-Dollar Open Interest wurden gerade verbrannt. 1,7 Milliarden. Ja. Heftig. Das ist krass, ja. Ist lustig, sowas. Das Schöne ist, es ist ja immer zu sehen. Es ist ja, wenn du dich wirklich tief mit der Materie beschäftigst, ist es jedes Mal permanent zu sehen. Du kannst es dir mit drei Fingern abzählen, wann der Markt wegbricht. Dann hast du die klassischen Sell- und Buy-Muster, nachdem gehst du und dann, ja, passt halt einfach, ne. In erster Linie handelst du auf der einen Seite natürlich immer mit dem Trend, der Ergo hatte ich auch eine Long-Position, wurde jetzt gerade im Profit ausgestoppt, 25% Teil Profite werden genommen, schaut oben rein und ist okay. Ja. Gut. Ja, wir haben jetzt lange drüber gequatscht. Ich würde sagen, war jetzt irgendwie komische Aufnahme. Alter, das hat jetzt irgendwie alles perfekt dazu gepasst. Wir reden darüber, dass er... Haben wir auch mal wieder zur Abwechslung über Krypto geredet, ist doch auch mal was. Ne, macht auch Bock. Vor allem fand ich es jetzt einfach lustig, weil es genau in diesem Moment, wo wir über Bitcoin-ETF sprechen, einfach, ja, möglicherweise Ablehnung, Q2 kommt es und Manipulation und was weiß ich was. Ach, ich liebe Krypto, ich liebe Krypto einfach. Ja, ansonsten gerne mal da draußen eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Bitcoin-ETF haltet. Ihr kennt jetzt unsere Meinung dazu und schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten lasst überall gerne natürlich ein Like da, abonniert den, ja, Podcast überall, teilt ihn, wenn ihr Bock habt und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und jetzt möchte ich mal zum Abschluss mal ein Abschlusswort sagen, bleibt freundlich zueinander, tut den Menschen da draußen was Gutes und lasst euch nicht zu viel in FOMO verleiten da draußen. Und das waren die Worte von mir, wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.